Hallo zusammen, ich bin Bernd Hillen, Geschäftsführer der Central Trade Germany und vertreibe Bluntstone in Deutschland und Österreich. Wir sind hier auf der Sieg, unsere erste Messe in diesem Jahr und auch hier ist unser Basic, unser Standard, das absolute Highlight der Messe, unser absoluter Bestseller. Ein ganz besonderer Artikel haben wir hier mit unserem Artikel 1609 aus der Classic Serie. Antikbraun, Leder gefüttert, Polyurethan, Sohle, TPU, Außensohle, federleicht, robust, absolut unverwüstlich. Ein Traum für jeden, der eine Universal-Schuhwaffe braucht. Danke.